Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kaum ein Kleidungsstück ist derart vielseitig wie Jeans. Es gibt Jeans für Rocker und für Hippies. Beliebt sind Designer-Jeans. Dann gibt es aber auch noch Pure Jeans. Die neue Exklusivmarke von GOP für ganz normale Leute wie du und ich. Pure Jeans sind bequeme und strapazierfähige Freizeit-Jeans, die überhaupt nichts haben gegen das Rasenmähen, Grillieren oder gegen das Autowaschen. Pure Jeans, die neue GOP-Exklusivmarke, gibt es in dem Modell Comfort, Easy und Straight für Damen und Regular für Herren. Pure Jeans kommen Sie überall dort, wo Sie Ihre täglichen Einkäufe machen. Das heisst in jedem grösseren GOP-Center. Dort finden Sie im extra eingerichteten Jeans-Shop leicht Ihres bevorzugten Pure Jeans-Modell in den meisten Grössen. Aber auch das passende Pure Jeans-Hemd und den Pure Jeans-Gürtel können Sie dort ungeniert aussuchen und probieren. Was das alles kostet? Sie werden es nicht glauben. Pure Jeans gibt es schon ab 35 Franken. Ein Pure Jeans-Hemd für 29 Franken. Und ein Pure Jeans-Gürtel für 19 Franken. Aber auch für die, die trotz allem nicht auf Market Jeans verzichten möchten, lohnt sich der Weg in den GOP-Jeans-Shop. Ab sofort offerieren wir Ihnen dort nämlich die Original-Levis 501 für absolut günstige 79 Franken. Jetzt aber ohne Umweg zum GOP-Profit-Super-Spiel. In der neuen GOP-Zeitung konnten Sie schon schauen, ob Ihnen Ihre 5-stellige Endzahl auf der GOP-Profit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Waren-Gutschein im Gesamtwert von über 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise der folgenden Marke. Fisherman's Friend mit einem extra starken Geschmack und der Frische von Mint. Dät de Moin, die blumig-würzige Kässpezialität aus dem Schweizer Jura. Soleil von Wernli, das neue Biscuit-Erlebnis für besondere Gelegenheiten. Nesti, das erfrischende andere Getränk. Und die offenfertige Lasagne von GOP. Poloniese oder Verde. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Sie in wenigen Tagen die Einkaufs-Gutschein mit der Post bekommen. Vorher ist aber noch der GOP-Profit-Super-Treffer an der Reihe. Diese Woche mit dem brandneuen VE Lupo im Wert von 14'980 Franken. Neben dem Lupo sieht die Mengegross ganz klein aus. Betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung, aber auch beim Design und Fahrkomfort setzt er neue Massstäbe. Und die vollverzinkte Karosserie mit 12 Jahren Garantie, aussergewöhnlich in dieser Klasse, ist ein weiter sichtbares Zeichen für die gute VE-Qualität. Um den grossen Kleinwagen geht es heute also bei uns im Studio. Der Profi Tomat hat vor wenigen Augenblickten Gewinner erkoren. Und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Gewinnt die Zahl lautet 0, 6, 9, 0, 0, 5, 8, 8, 3, 3. Inhaberin oder der Inhaber dieser Kartennummer hat also der GOP-Profit-Super-Treffer den neuen VE Lupo gewonnen. Herzliche Gratulation! Für alle, die das mal kein Glück gehabt haben, gibt es in 14 Tagen neue Chancen. Vorher gibt es aber noch ein Rezept mit Armin Amrain. So ist es. Grillierte Schigo-Steak an einer rassigen Marinade. Grüezi miteinander. Das Lammfleisch mit Senf, Knoblauch, Pfeffer, Timian und Rosmarin, Zitronensaft und Olivenöl einstreichen und im Kühlschrank mindestens eine Stunde marinieren lassen. Während dieser Zeit das Gemüse waschen und rösten. Den Brüsseler halbieren und längsweg in Streifen schneiden. Trüble in Locken, die Schalotten in Streifen schneiden. Eine halbe, wer es gerne scharf hat, eine ganze Peperoncini entkernen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Das Fleisch in einer Grill- oder Brotpfanne auf jeder Seite grillieren. Drei bis fünf Minuten länger. Es sollte innen noch rosa sein. Das Gemüse im Wok. Es geht auch um grosse Brotpfanne. Zwei bis drei Minuten dämpfen. Mit wenig Essung, einer Preise Zucker, Pfeffer und Ingwer würzen. Dann mit Sesam bestreuen und mit Reis oder Teigwaren servieren. Bestimmt möchten Sie das Rezept, das Sie wie gewohnt in der Coop-Zeitung nachlesen können, so schnell wie möglich ausprobieren. Die Gelegenheit wäre jetzt gerade günstig. Brüsseler im 500-Gramm-Beutel offerieren wir Ihnen jetzt für 1,60. Auch zum Aktionspreis kommen Sie Schweizer Raclette-Käse Racletteo über. Das Kilo ist 6 Franken günstiger. Mit der Co-Profit-Karte gibt es eine Rauchlachseite, vorbereitet zum Tranchieren, ebenfalls 6 Franken günstiger. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Der neue Jeans-Shop und die praktischen Pure Jeans von Coop sind heute bei uns im Studio das Thema gewesen. Abwechslung in die gewohnte Farbpalette bringt dann heute in einer Woche die neue Herbstkollektion von L'Oreal im Mineral Jungle Stil. Bis dann eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020